Das kam aus der Nähe. Ist schon gut, ich bin da. Keiner wird dich kriegen. Grün, kriegen, kriegen, kriegen. Du musst bei mir bleiben, das geht nicht anders. Hey, Joseph, geht's dir gut? Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich hab keine Angst, das zu bekämpfen, Sebastian. Ich hab Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann's auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Es ist ein Instinkt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Scheint locker zu sein Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, du scheiße. 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 Ach, du scheiße.